Seid mir gegrüßt, meine lieben Nakama, zu einer neuen Ausgabe One Piece Talk und Theorien. Diesmal mit dem Thema Haki und warum es stärker ist als jede Teufelsfrucht und höchstwahrscheinlich auch jede andere Fähigkeit in One Piece. Auslöser für diese Debatte natürlich die Aussage von Kaido aus Kapitel 1047, der zu Ruffy sagte, egal wie stark deine Fähigkeit ist und wie viele Probleme ich damit habe, könnte man ihm unterstellen, es geht nichts über Haki. Wenn du die Welt erobern willst, geht das nur über Haki. Und natürlich kann man jetzt sagen, Moment, das ist aber die persönliche Meinung von Kaido, die ist nicht repräsentativ für das ganze One Piece Universum, aber dazu muss ich natürlich sagen, ja, aber wir reden hier über die stärkste Kreatur der Welt, also jemand, der ganz nah an der Spitze ist und er nennt sogar noch ein viel besseres Beispiel, als er selbst sein könnte, nämlich Goldie Roger. Er hatte keine Teufelsfrucht, er hatte nur Haki und er stand ganz oben, er stand an der Spitze, er war der Piratenkönig und im übertragenen Sinne hat er die Welt erobert. Er hat die komplette Grand Line bezwungen, keiner war so stark wie er und selbst Whitebeard, der als der stärkste Pirat der Welt bekannt wurde, hat ihm maximal ein Unentschieden abbringen können. Und er hätte vielleicht sogar noch viel bessere Beispiele bringen können von lebenden Charakteren. Shanks zum Beispiel, er ist einer der vier Kaiser, einer der stärksten Charaktere in One Piece, wenn nicht vielleicht sogar nach Kaido der stärkste Charakter, den wir überhaupt noch übrig haben und er hat auch bestätigterweise keine Teufelsfrucht, er kommt auch nur über Haki. Dann haben wir Mihawk, der sogar bekannt ist als der größte Schwertkämpfer der Welt, auch er nur über Haki. Natürlich könnte man jetzt hier den Schwertkampf mit einrechnen, aber der wird natürlich in Verbindung mit dem Haki trainiert. Und wenn wir mal retrospektiv uns einige Szenen anschauen in One Piece, dann merken wir, dass Haki immer ein Ding war. Tatsächlich findet der erste bestätigte Einsatz von Haki bereits in One Piece Kapitel 1 statt. Shanks rettet Ruffy vor dem Stinkfisch und setzt danach das Königshaki ein, um diesen sehr kleinen Seekönig zu vertreiben. Dabei müssen wir einfach mal über das Königshaki reden, denn meiner Meinung nach ist es die Fähigkeit, die nur die allerstärksten Charaktere in One Piece haben. Das liegt schon mal zum einen an der Seltenheit. Nur ein Mensch unter einer Million trägt das Königshaki in sich und kann das überhaupt erwecken. Und wenn wir jetzt mal uns die richtige Übersetzung anschauen, dann haben wir nicht nur hier Königshaki, sondern wir haben auch Eroberungshaki und natürlich die Veranlagung des Königs. Also das, was im Grunde eigentlich auch Kaido gesagt hat. Wenn du die Welt erobern willst, wenn du an die Spitze willst, dann brauchst du eben Haki. Und ich denke insbesondere hat er hier das Königshaki gemeint. Und war nicht sogar die Infusierung von Königshaki in das Rüstungshaki, das Mittel gegen die Allerstärksten zu bestehen und diese überhaupt verletzen zu können. Also ich finde Königshaki musst du haben, wenn du zu den Allerstärksten zählst. Und dazu zählen natürlich eben auch Zorro und natürlich auch Ruffy. Denn ich denke Ruffy wird irgendwann am Ende von One Piece auch das stärkste Haki haben. Denn Haki kommt natürlich über den Willen und kein Wille ist stärker als der von Ruffy. Und natürlich müssen wir uns auch mal anschauen, was es danach gab nach Kapitel 1. Was mir immer wieder in den Sinn kommt, ist natürlich dieser legendäre Kampf Zorro gegen Mr. One. Zorro hatte im Grunde keine Chance gegen Mr. One, weil der ja komplett aus Eisenklingen bestand. Und damit quasi eine lebende Klinge war. Und wie sollte er diese eben besiegen? Natürlich mit einer Technik, die er von Koshiro, seinem Lehrer, gelernt hat, dem Schneiden ohne zu spalten. Und auch wenn das ein sehr komischer Name ist, hat er es geschafft, damit Mr. One zu besiegen. Aber von dieser Technik haben wir nie wieder etwas gehört. Also schauen wir doch uns das nochmal ganz genau an. Zorro setzt nämlich hier meiner Meinung nach eine sehr schwache Version des Rüstungshakis ein. Wenn wir uns mal die Fakten anschauen, wir wissen, Koshiro ist ein Nachkomme von Kosoboru, der aus Wano Kuni kommt. Und wir wissen, dass Rüstungshaki ist in Wano Kuni als Ryo bekannt. Und dort wird es natürlich im Schwertkampf benutzt. Und da natürlich Koshiro den Weg von seinem Vater und seinem Großvater gelernt hat, gehe ich natürlich stark davon aus, dass Koshiro auch eine sehr schwache Version des Rüstungshaki kennt. Und natürlich diese Technik an seine Schüler weitergibt. Oder zumindest an die Besten seiner Schüler. Und wer war der Beste? Natürlich Zorro. Und deswegen kann man wirklich davon ausgehen, dass Zorro bestätigt, der erste Strohhut war, der überhaupt eine Art von Haki eingesetzt hat. Und dann haben wir natürlich den kompletten Skype-Jahr-Ark, wo das Observationshaki eingeführt wurde. Damals noch unter dem Namen Mantra. Und es wurde ja auch von Oda in einer Fanpost erklärt, Mantra ist in dem Fall nur ein anderer Name für Observationshaki auf Skypiea. So ähnlich wie es mit Ryo und dem Rüstungshaki auf Wano Kuni ist. Und wir haben damals im Skypiea-Ark gesehen, wie überlegen diese Fähigkeit gewesen ist, indem man voraussehen konnte, wo der Gegner hinschlägt und damit im Grunde schon im Voraus ausweichen konnte. Es hat einen definitiv, unabhängig von irgendeiner Fähigkeit, einfach auf ein nächstes Level gebracht. Ein weiteres gutes Beispiel ist damals das Auftauchen von Sentomaru auf dem Saba-Odi-Archipel. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Sentomaru zu den allerstärksten Charakteren gehört, aber er beherrschte das Haki und war somit vielen Charakteren, die im Normalfall vielleicht sogar stärker als er gewesen sind, überlegen. Und natürlich kann man hier einwerfen, Ja, aber es gibt doch auch sehr viele Teufelsfrüchte, die einen überlegen machen und stärker als zuvor. Da möchte ich auch gar nicht widersprechen. Natürlich gibt es sehr starke Teufelsfrüchte und gerade noch im Paradies, auf der ersten Hälfte der Grand Line, ist man mit einer Logia-Kraft natürlich haushoch überlegen. Aber auch hier haben wir ein gutes Beispiel bekommen mit Karibu auf der Fischmenscheninsel, als er eben Pecoms und Baron Tamago begegnet ist und Pecoms ihm klargemacht hat, dass Logia-Kräfte hier keine Rolle mehr spielen in der neuen Welt und auch hier nur Haki der Weg ist, wie man noch stärker werden kann. Und ich denke, das allerbeste Beispiel ist gerade der Timeskip überhaupt. Denn schauen wir uns mal das Training der drei stärksten Strohhut-Mitglieder an. Fangen wir an mit Ruffy. Rayleigh hat ihm nichts über die Teufelsfrucht beigebracht, natürlich nicht. Er ist selbst kein Teufelsfrucht-Nutzer und zählt trotzdem zu den stärksten Charakteren in One Piece. Auch wieder hier nur rein über die drei Haki-Arten. Aber was hat der Ruffy tatsächlich beigebracht im Timeskip? Natürlich die drei Haki-Arten. Und schauen wir uns mal das Training von Zorro beim größten Schwertkämpfer Mihawk an. Was hat Mihawk ihm beigebracht? Wie mit dem Schwert zu kämpfen ist? Nein, das konnte Zorro schon alles. Nein, er hat ihm natürlich Haki beigebracht. Und das, was im Grunde Sanji auch gelernt hat, ist der Einsatz von Haki. Und danach hat ja auch Oda in der Fanpost klargestellt, Ruffy, der konzentriert sich auf das Königs-Haki, Zorro auf das Rüstungs-Haki und Sanji auf das Observations-Haki. Und dort werden sie wahrscheinlich immer die Spitze bleiben, zumindest innerhalb der Strohhut-Bande. Sanji fällt natürlich hier ein klein wenig aus der Rechnung heraus. Er hat immer noch kein Königs-Haki, wobei ich das nicht ausschließe, dass er das in Zukunft auch noch erwecken wird. Aber vor allem, wenn man sich auf Ruffy und Zorro konzentriert, die ohne weiteres von den stärksten Charakteren in One Piece überhaupt trainiert wurden und die sich vollkommen darauf konzentriert haben, ihnen Haki beizubringen, dann wissen wir im Grunde auch schon seitdem, dass Haki der Weg ist, um eben an die Spitze zu kommen. Und damit wird quasi eigentlich Kaidos Aussage aus Kapitel 1047 bestätigt. Und ich glaube dieser Aussage, es gibt nichts daran zu rütteln. Kaido hat hier recht und es ist vielleicht sogar ein Foreshadowing dafür, dass Ruffy einfach mal irgendwann alle Charaktere überflügeln wird. Und natürlich stellt man sich hier auch die Frage, die zukünftigen Gegner von Ruffy, und da reden wir vor allem natürlich von Blackbeard und Akainu, die haben bereits noch kein bestätigtes Königs-Haki, aber ich gehe eigentlich felsenfest davon aus, dass damit quasi eigentlich eine zukünftige Bestätigung quasi bestätigt ist, weil was sollen die gegen Ruffy machen, wenn er irgendwann ein noch stärkeres Haki hat und dann dazu natürlich noch eine der stärksten Teufelsfrüchte. Klar, Blackbeard setzt auf zwei Teufelsfrüchte, aber wenn die Aussage von Kaido tatsächlich stimmt, ist er chancenlos gegen Ruffy. Und genauso wird es dann natürlich auch Akainu gehen, deswegen gehe ich stark davon aus, dass gerade diese beiden Charaktere auch sehr starke Haki-Kräfte einsetzen werden und vor allem natürlich auch das Königshaki. Bei Shanks wissen wir ja natürlich immer noch nicht ganz, wird er nochmal ein Gegner werden und ganz ehrlich, Leute, ich möchte Shanks in Aktion erleben und sollte es wirklich zu einem Kampf zwischen Ruffy und Shanks kommen, dann wird das bestimmt sehr, sehr gut inszeniert von Oda. Ihr könnt mir jetzt gerne mal eure Meinung zum Haki schreiben. Glaubt ihr auch, dass das Haki mittlerweile das stärkste ist, was One Piece zu bieten hat? Oder sagt ihr vielleicht sogar, hey, da gibt es vielleicht die eine Teufelsfrucht, vielleicht die legendäre Teufelsfrucht von Ruffy, die Hito-Hito-Momi, die mystische Modell-Nika-Frucht, die viele ja auch als Götterfrucht sehen, oder vielleicht sogar noch eine andere Teufelsfrucht, vielleicht die Teufelsfrucht von Imsama, sofern er eine hat. Vielleicht geht ja auch Imsama komplett über das Haki und wir müssen ja auch noch herausfinden, welche Teufelsfrucht eventuell Rox D. Sebek hatte. Vielleicht ging er auch einfach nur über Haki. Aber auch sehr starke Charaktere in der Story von One Piece hatten halt auch manchmal eine Teufelsfrucht. Ich denke, Whitebeard ist hier ein sehr gutes Beispiel, stärkster Pirat der Welt und er hatte die Gora-Gora-Nomi, die jetzt Blackbeard hält. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. In diesem Sinne, ich bedanke mich bei euch für euer Einschalten und Zusehen. Bleibt gesund, bleibt am Leben, bleibt mir gewogen. Ade.